Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster in unserem Park. Heute machen wir den Bereich des Parks fertig. Und zwar möchte ich an dem Gebäude Werbung platzieren. Dann haben wir hier noch zwei Grünflächen, die gepflanzt werden wollen. Was wir hier genau noch machen, das weiß ich noch nicht. Ob wir hier den Park abschließen, ob hier das Parkende ist. Ob man hier vielleicht noch eine kleine Attraktion hinquetschen kann, geht natürlich auch. Und hier den Weg könnte man mal ansetzen für das Themengebiet, was dahin kommen soll. Wir beginnen aber mit der Deko. Beziehungsweise mit den Schildern. Jetzt ist... Ich lasse mal alle offen. Aber nee, das ist zu verwirrend. Das sind Ladenschilder. Das wäre natürlich eine Option, dass man hier halt Werbung macht. Das an Oberfläche ausrichten, ja. Dass man hier halt Werbung macht für bestimmte Sponsoren des Parks, sagen wir mal so. Ähm... Zum Beispiel Chief Beef Sponboard und... Nein, keine Ahnung. Entweder das ist halt die eine Variante, die ich mir gedacht hab. Oder... Nee, das sind Fahrgeschäfte. Hier haben wir diverse Schilder. Da könnte ich die auch noch mal für die Favoriten markieren. Wenn wir da noch ein bisschen rumdekorieren, was Weihnachten angeht. Ähm... Finde ich nämlich auch sehr cool. So, also... Ne, Park. Hier haben wir noch so ein Planet. Das ist aber auch wieder so riesig. Das ist doch belastend. Das ist ein Hotdog-Squatch. Ja, also sowas würde gehen. Weil hier würde ich gern sowas wie auf Wiedersehen schreiben. Kann man hier sowas hier hinten klatschen, wenn man ein Geld hätte. Wir haben noch keinen Piratenbereich, aber der wird auf jeden Fall kommen. Unsere Finanzen sind wieder grandios. Nicht vorhanden. Noch auf dieser Seite machen. Was haben wir denn hier? Achso, Diebe. Ja, nee. Frage, der Octopus. Hier, dich finde ich noch ganz cool. Warte, drüben haben wir den Coaster King, ne? Nehmen wir dich. Und das Mädchen. Gut. Da ist halt so ein bisschen die Kühl. Wo waren jetzt diese Buchstaben? Wisst ihr das noch? Oh, hier könnte man natürlich auch irgendwie sowas hinmachen. Ne, das passt nicht. So als Ausgang, als Überdachung. Ne, doch nicht. Ne, ne, ne. Ich glaube, bei Szenerie waren die Buchstaben, ne? Und dann Requisiten. Bin ich hier schon richtig? Machen wir ein Spinnenweben. Ja, hier waren die. Das ist die Frage. Passt das? Auf Wiedersehen. Warte mal, ich habe noch meinen Zettel hier. Von unserem Schriftzug vorne. Na, ich schreibe mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, das ist sehr lang. Äh, Schönwenscher hat ja gerade so gepasst. Wir haben hier deutlich mehr Buchstaben. Ähm, ich gucke noch mal hier vorne. Wir könnten es natürlich zweireich machen. Auf Wiedersehen. Oder wir schreiben einfach nur Tschüss. Ganz im Willow. Ich probiere mal Auf Wiedersehen. Äh. Ja, dann wäre das die Mitte. Okay. Dann fangen wir mal oben mit dem Auf an. Ähm. Das ist natürlich wieder perfekt ausrichten. Perfekt ist das nicht. Ich ziehe es noch ein Stück, dass man so ein bisschen genau. Kann ich jetzt nämlich drehen, bis man das Perfekt sieht. Würde ich das Braun auch wieder umgestalten wollen. Irgendwas, was nicht nach Kühle aussieht, so vielleicht. So, jetzt ist wieder die Frage, wo ist hier die Mitte? Sagen, da. Wir schieben das U-U so weit hoch, wie es geht. Das ist das Geld wieder, Futsch. Das Karussell-Problem. Es geht alles kaputt bei uns, ne? Ich verstehe nicht, wieso. Wir brauchen in der Mitte das... Wo ist es da? Wo sieht es mittiger aus, irgendwie? Könnte knapp werden. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Oh, wir sind sehr im Minus gerutscht. Da kommt das Geld aber wieder rein. Da ist es wieder weg. Da kommt es wieder rein. Auf und ab hier. Aber ich glaube, das ist zu groß. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Dann nehme ich lieber eins von den Schildern. Und klatsche das an die Wand und schreibe es drauf. Das geht ja auch, dass man hier diese... Ähm... Diese Schilder beschriften kann. Sind aber, glaube ich, wieder bei heute, ne? Und ich muss gleich... Ich muss gleich die Heizung mal wieder hochdrehen. Ich hatte die vorhin, als es hier schön wirklich warm war. Habe ich die runtergedreht? Muss ja nicht Dauer heizen. Aber jetzt gerade... ...wird's doch ein bisschen arg kühl. Du bist ein bisschen sehr groß. Du bist ein bisschen hässlich. Ähm... Du auch. Das würde gehen. Könnte man auch zweiteilig machen, ne? Oben schreibt man auf und unten schreibt man wiedersehen. Nee. Das ist doch hübsch. Aber da kann man, glaube ich, nicht draufschreiben. Hui. Hm. Das sind alles wunderschöne Schilder. Ähm. Orange will ich jetzt vielleicht auch in so einem... ...so ein bisschen kräftigeres Blau nehmen. Warum sind wir so weit im Minus? Geld, was ist da los? Warum tust du mir das an? So, wir können es aber schon lernen. Wir können es noch nicht beschriften. Okay. Dann machen wir das gleich. Wir warten eben mal wieder auf Geld. Wir brauchen einen Dollar. Wir können uns nicht mal ein Schild für einen Dollar leisten. Doch. Das ist aber schnell wieder weg. Einen Dollar. Ja, so. Auf Wiedersehen. Ja, das sieht doch gut aus. Aber die, zack, braunen Schrift muss jetzt nicht sein. Hier sowas positiv. Oder rot. Das ist so. Nee. Nee. Ich verlasse nun. Das ist alles nicht so optimal, ne? So ein Grün fand ich schon gar nicht so schlecht. Ähm. Wenn wir das in Schwarz machen. Oh, ja, das knallt dann noch mal mehr. Ja. Wird man die vielleicht doch in einer anderen Farbe machen? So. So finde ich das gar nicht so schlecht. Jetzt noch die Schriftart. Ö. Das Oregano. Oregano? Warum Oregano? Oregano. Kraten. Reising. Ranch. Antique. Unique. Ich glaube, da finde ich Arubus. Arubutus. Am besten. Von diesem Szenerieobjekt beworben. Was? Könnte damit zum Beispiel ein Fahrgeschäft markieren? Das ist cool. Das wusste ich auch noch nicht. Hätte ich. Gut. Jetzt haben wir noch ein Schild für... Tschüss. Tschüss. Gehen. Warte mal, dann kann ich das doch mit dem hier? Kann ich das mit dem? Beworbenes Ziel festlegen. Die Achterbahn. Bestätigen. Was ist das denn Sinn? Also sehen die Leute dann... Oh, ah, da geht's zu The Madness? Das finde ich ja gut. Was ich mich gerade frage. Lauft ihr durch den Baum oder blockiert der? Ha! Guckt mal an. Gut. Ich weiß aber, wie wir das beheben können. Und zwar... Hauen wir da einfach... Wenn wir schon wieder so im Minus, weil sie Cube kaputt war. Warum? Warum? Okay. Während wir auf Geld warten, strecke ich mich mal eben... Aua. Oh, haha. Alte Frau. Ach. Strecke ich mich mal zum Heizkörper. Äh. So. Einmal hochdrehen. Ach. Bitte wieder warm werden, Zimmer. Dankeschön. So. Und wir haben zurückgeklettert. Gut. Viel mehr Geld haben wir trotzdem nicht. Wie viel brauchen wir? Fünf Dollar für Mülleimer. Wir müssen... Wir müssen da dringend nochmal gucken, was wir hier wegen unserem Geld machen, ne? Ähm. Ist ja nicht so schön. Dass wir da ständig in so einem Minus sind. Okay. Da hauen wir einen hin. Da hauen wir einen hin. Da. Hier. Dann sollten die Leute eigentlich um den Baum drumherum gehen. Ich hoffe, das funktioniert. Gut. So. Jetzt haben wir... Haben wir das fertig. Wir können noch... Oh. Was mir gerade einfällt, wenn es jetzt, ne? Wenn ich jetzt sehe, dass es dunkel wird. Hier so ein... Achso. Die bewegen sich. Ähm. Hier weiter. Da muss ich nochmal Dunkelheit einstellen. Zu gucken. Aber alles nicht so das, was ich mir vorstelle. Aber ich hätte halt gerne... Ne? Das Gebäude beleuchtet. Beleuchtet. Haben wir an Gebäude... Ja. Wir haben an Oberfläche ausrichten. An. Ich meine, die kann man ja auch ruhig sehen, ne? Ähm. Im echten Leben kann man so Lampen ja auch immer schlecht verstecken. Und dann können wir das auf der Seite auch machen. Das finde ich gerade nämlich sehr schön. Wenn wir Geld hätten. Ach, das kostet 10. Ja, ganz toll. So, und dann möchte ich die aber in einer anderen Farbe einstellen. Leute, mir gehören ja alle zum Gebäude. Kann ich euch dann alle gleichzeitig markieren? Dann, ja, kann ich dann auch alle gleichzeitig umfärben. Was nehmen wir denn da? Ähm. Das finde ich cool. Können wir davon noch mehr irgendwo anbringen? Er strahlt sehr runter, ne? Äh. Würde es dann hochstrahlen. Aber das sieht man nicht. Wegen der Laternen. Äh. Also ein bisschen mehr Beleuchtung wäre halt schon cool, ne? Könnte das noch... Man kann das hier dann so ein bisschen in dieses Blumenbeet setzen. Wartet. Gucken, wie das gleich wirkt. Würde dann nämlich die hier entfernen wollen. Wegenweise wir versetzen die einfach. Die machen schon krasses Licht. Da haben wir ja theoretisch eine Lampe. Ne, mittig bräuchte man noch einen. Dann machen wir die da reinsetzen und dann leuchtet der Baum mehr. Gut gehen, ne? Machen wir einfach mal. Und wenn wir dann den Baum abreißen, denken wir so, höre, mach dir in die Lampe da. Ähm. Achso, du bist ja auch nicht ganz mittig. Äh. Ich meine, der andere da. Ist eher so... Lärtig. Dann ist das nochmal ein bisschen beleuchteter. Vorne, finde ich, brauchen wir das nicht. Da ist... Da ist hell genug. Ja, 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 ja. Dann können wir hier an der Zeit wieder rumspielen und den Effekt rausmachen. Gut. Unser Geld begrabbelt sich auch gerade so. Mal wieder. Das ist, äh... Wie verstecken wir jetzt die Lampen hier ein bisschen? Ich würde Szenerie... Äh... Wie immer gerne... Pflanzen dahin pflanzen. Ihr wisst doch, wie es läuft. Machen wir nur Erde? Ne, wir machen schon mit Bordsteinkante hier, ne? Haben wir? Haben wir nicht. Doch, haben wir. So, erst mal anpassen. Den Weg hier. Ein Stück hoch, bis die Erde durchschimmert. Und dann möchte ich hier aber... Äh... Grautöne haben, bitte. Danke sehr. Und jetzt haben wir wieder kein Geld. Doch haben wir... Okay, das steht da, glaube ich, ein bisschen weiter raus. Dann müssen wir da gleich nochmal schieben. So. Das hätten wir... Jetzt können wir da natürlich Grünzeug reinpflanzen. Was ich mich jetzt gerade frage, wenn wir die... Warte, 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 warte... Okay, ihr seid so. Wenn man euch aber... Sag mal... Nee, 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 das war der Falsche. So da rein... So da rein... Irgendwie doof, ne? Gut, lassen wir das. Das war eine Idee, die jetzt in der Umsetzung nicht... Nicht so wurde, wie ich mir das vorgestellt habe. Hm... 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 Oh, dann machen wir hier auch. Können wir gleich unseren Pinguin retten. Ich rette ihn mal eben. Pinguin! Komm mit. Ah. Die Chinnplatzierer final, das weiß ich immer noch nicht. Können wir auch noch gucken. So. Was können wir denn... Wieso sind wir hier und nicht in meinem Gebüsch? Können wir denn dann noch schönes reinitzen? Ihr seid schön... Wo? Seien hier so Tropen gelöst? Oder einfach Grünzeug. Natürlich auch. Jetzt müssen wir schon mal hier auf dem Boden verteilen. So. Kann man da noch Blumen reinsetzen? Oder einen Busch? Ja, ich meine in so einem angelegten... Oh, das wäre schön in der Mitte. Ah, das kann man doch so machen. Das finde ich gut. Hier noch so ein bisschen totes... Rück rein. Nee. 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 Die Rosen passen da jetzt auch nicht. Das lila hier passt auch nicht. Ähm... Mit Dübchen. Das passen da auch nicht. Kleines Bäumchen. Bist du klein? Ja, du bist sehr klein. Tropenbäumchen auch nicht. Kleine Birke. Würde gehen. Bist noch kleiner, ne? Da hatte ich dich... Nee, dich hatte ich nicht. Eine Herbstbierke. Birke ist auch schöner. Herbst ist vorbei. Eine Tanne. Ähm... Einen Elefantenbaum. Ist auch sehr klein. Sehr, sehr klein. Kleine... Was? Kiefer? Kiefer. Ähm... Eine Poppel. Oh, nicht wirklich klein, ne? Zu fressen. Die hätten was. Aber ziemlich fett. Wenn wir die hier in die Mitte setzen, dann würde ich aber die Blumen rausmachen. Nee, ihr seid Sumpfbäume. Ihr seid noch, Q. Was tut denn? Grasenbaumesche. Hm? Oh, es gab doch aber auch... Ist das... Da, den Rotodent? Ja, wäre natürlich auch schick. Ich glaube, da passt die Esche besser. Die ist kleiner, ne? Da müssen wir überhaupt eigentlich nicht nahe gießen. Die Beete so schon völlig in Ordnung. Wird die, glaube ich, so lassen. Weihnachtsbaum steht ja jetzt aktuell nur da. Äh... Solange wir hier die Weihnachten haben, dann kommt der ja auch wieder weg. Hier könnten wir noch so einen kleinen Dicken davon setzen. Ja. Es rundet das Ganze noch so ein bisschen. Schön. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Jetzt haben wir hier natürlich noch die zwei Beete. Dann müssen wir mal gucken, wann wir die irgendwie mal hübsch machen. Und hier könnte man schon den Weg ansetzen. In Klaus-Richtung machen wir raus. Breite machen wir mal breit. Und dann ist jetzt die Frage, können wir den hier an der Ecke ansetzen? Das fände ich natürlich am besten. Glaube aber nicht so wirklich. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Würde ich es vielleicht doch hier eher so machen? Nicht genug Geld. Schön. Will, du hasst mich. Kann das... Das kann ich mir nur so erklären, dass du mich einfach hasst. Wie nicht genug Geld. Was kostet das denn? Ich hatte über 100 Dollar. Was kostet denn hier so ein Stück Straße? Und was mich halt so ein bisschen nervt, ist, dass ich das hier nicht... In dieser Ecke, ne? Wir könnten das natürlich so noch verbinden. Das fände ich cool. Okay, das müssen wir. Ja, ist mir bewusst, dass ich dafür jetzt nicht genug Geld habe. Aber das möchte ich probieren. Weiß halt nicht, wie teuer das sein wird, ne? Oh, das Geld ist echt so Plus, Minus, Null. Das macht mich wahnsinnig. Da müssen wir dringend in der nächsten Folge mal uns das Finanzielle angucken. Dass wir da wieder auf den grünen Nenner kommen. Das kann ja hier nicht sein, ne? Dass wir überhaupt nicht zum Bauen kommen. Weil wenn wir gerade mal 10 Dollar Plus gemacht haben, sind es schon wieder 20 Minus. Ich glaube, das wird jetzt gerade mit diesem Straßenstück nichts. Außer wir kriegen jetzt einen Boost von Pausen. Ich halt auch nicht weiß, was das hier kostet. Es steht nirgendwo. Gut, aber das merken wir uns auf jeden Fall. Dass wir das Stück hier so anbinden können. Das gefällt mir nämlich sehr gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Salüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü